Musik Sich selbst zum Chef machen. Mit der eigenen Idee gutes Geld verdienen. Einen eigenen Laden eröffnen. Innovativ sein. Kompromisslos. Leidenschaftlich. In Deutschland gibt es viele Mutige, die sich selbstständig gemacht haben. Und jedes Jahr kommen viele dazu. Sie schneiden unsere Haare, beraten uns, empfehlen uns den besten Wein und verschönern unser Zuhause. Und weil wohl niemand darauf verzichten möchte, muss sichergestellt sein, dass sie nicht zu schnell umwerfen kann. Danke. Eine defekte Maschine, Einbruch oder ein Wasserschaden. Das ist doch oft das Aus für einen kleinen Betrieb. Deshalb brauchen wir ein Sicherheitsnetz speziell für Kleinunternehmer, das sie auffangen kann und ihnen somit den Rücken frei hält, damit sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können. Profismar von AXA ist dieser Schutz. Ein intelligentes Produkt aus Sach- und Haftpflichtversicherung von Experten auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Branchen zugeschnitten. Danke. In jedem Fall sind Schäden durch Feuer, Einbruch, Diebstahl, Sturm oder Hagel selbstverständlich mitversichert. So wie auch Glasschäden und Schäden durch Leitungswasser. Profismar schützt mit einer Versicherungssumme von 3 Millionen Euro auch gegen Ansprüche Dritter. Und Profismar hilft, rund um die Uhr, egal wo auch immer sich der Unternehmer gerade befindet. Und wenn der Betrieb durch einen Schaden stillsteht, werden nicht nur die Operaturkosten, sondern auch der entgangene Gewinner stattdessen. Damit die Menschen, die unser Leben so viel angenehmer und reicher machen, im Schadenfall nicht alleine dastehen, hilft Profismar ihnen schnell wieder auf die Beine, damit sie das tun können, was wir lieben. Zum Beispiel beim Maler, wenn durch Einbruch oder beim Transport Arbeitsmaterial verloren geht, ist das teuer und ärgerlich. Mit Profismar sind aber zum Glück alle Maschinen und Materialien versichert. Genauso wenn das Werkzeug nicht mehr funktioniert. Oder beim Missgeschick. Und weil all das nicht warten kann, ist AXA für seine Kunden da. 24 Stunden für die schnelle Soforthilfe im Schadenfall. Damit sich Maler ums Geschäft kümmern können und sich um nichts sorgen müssen. Bis zum nächsten Mal.